Wenn du spirituell erwacht bist oder sehr tief in deinem spirituellen Weg bist, dann wird dein Leben nicht mehr so sein wie früher. Dein Leben wird sich ganz anders anfühlen. Und wie sich dieses Leben anfühlen wird, das möchte ich dir in diesem Video verraten, weil ich habe nämlich neun Anzeichen dabei, an denen du merken kannst, dass du schon tief in deiner spirituellen Entwicklung bist. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Andreas Schwarz, ich bin der Gründer von der spirituellen Plattform HireMind und helfe Menschen dabei, mystische Bewusstseinszustände zu erleben, wie zum Beispiel Astralreisen, luzides Träumen oder tiefe Meditation. Nummer 1, du fühlst eine tiefe Verbindung zur Natur. Bei mir war das schon immer so, dass ich Tiere faszinierend fand, schon als Kind. Aber was ich damals gemacht habe, ist, ich habe Eidechsen zum Beispiel gefangen und habe sie versucht zu Hause zu halten und so weiter. Also noch überhaupt kein Bewusstsein dafür gehabt, wie es den Tieren geht oder so. Aber mit der Zeit habe ich genau das entwickelt und liebe Tiere heute. Und die Verbindung zur Natur geht sogar noch viel, viel tiefer. Und zwar Pflanzen sind auch Lebewesen. Und das schätze ich heute auch so sehr, dass ich einen Garten habe, dass ich da mal rausgehen kann, die Pflanzen gießen kann, mit ihnen sprechen kann und da einfach verbunden bin, weil ich weiß, dass selbst unser Atemkreislauf mit den Pflanzen in Verbindung steht und diese Symbiose mit der Natur einfach viel tiefgreifender ist. Und zwar so tief, dass ich sogar der Überzeugung bin, dass Steine auch Leben haben. Ja, weil Steine sind ja auch eine Schöpfung des Universums, eine Kreation der Energie sozusagen. Und deswegen geht bei mir Leben noch viel tiefer, noch viel tiefgreifender. Alles, was existiert, ist mit Leben durchdrungen. Nummer zwei, du spürst eine erhöhte Achtsamkeit und Sensitivität. Deine Sinne werden viel, viel schärfer und viel klarer. Dadurch, dass du dich nicht mehr abstumpfst, weil du in der Gesellschaft sehr starken Reizen ausgesetzt bist und so deine Sinne quasi herunterfahren, bist du dadurch, dass du dich spirituell mit dich selbst beschäftigst und mehr in die Natur gehst, mehr in die Verbindung gehst, steigert sich wieder deine Sensitivität und du nimmst mehr von den Sachen wahr, die du vorher vielleicht ausgeblendet hast. Und das sorgt auch dafür, dass du viel, viel klarer erkennen kannst, was deine Seele zu dir kommuniziert. Dass du bei den Dingen, wo dich vielleicht die Gesellschaft dazu überredet hat, hey, mach doch dies, mach doch das und so weiter. Und du dachtest dir so, ja gut, alle anderen machen es ja, also muss es richtig so sein und so wird es ja von mir erwartet. Aber du spürst halt in dem Moment vielleicht noch nicht so ganz, hey, das geht gar nicht in Resonanz mit mir. Das spüre ich gar nicht, dass das irgendwie schlecht für mich wäre. Aber wenn du eben spirituell weiterentwickelt bist, dann kannst du genau da wahrnehmen, dass es dir schlecht geht, wenn du genau die Dinge machst, die nicht mit dir in Resonanz gehen. Und das zeigt sich oft sogar mal auf so einer Ebene, dass es dir körperlich sogar schlecht geht. Wenn du zum Beispiel die falschen Sachen isst, wenn du dich mit den falschen Menschen umgibst, wenn du in der falschen Umgebung bist, dass es dir körperlich schlecht geht, dass du Symptome wie Übelkeit und so weiter bekommst oder Müdigkeit, Schlappheit und so weiter. All das können Signale dafür sein, dass du nicht in deiner richtigen Schwingung bist. Als nächstes kommt die innere Ruhe und Gelassenheit. Wenn du zentriert bist, wenn du dich verbunden fühlst mit dem Universum, wenn du die Stabilität, diese Erdung wahrnehmen kannst, dann weißt du, dass du immer sicher bist, dass du immer beschützt wirst vom Universum und dass alles richtig ist, so wie es kommt. Und deswegen kannst du darauf vertrauen, dass du nicht irgendwie einen Stress ausatmen musst, dass du nicht Zukunftsängste, Sorgen und so weiter, dass du da deine Energie nicht hineinstecken musst, sondern dadurch, dass du immer zentriert bist, gelassen bist und bei dir bist, bist du auch in der Lage, viel besser umzusetzen, weil du nicht mehr so paralysiert bist sozusagen in deinem Leben, sondern kriegst mehr Dinge gebacken und spürst so einfach diese Verbindung und dieses Vertrauen zum Universum noch viel deutlicher und das ist dann wie so ein positiver Kreislauf, der sich entwickelt. Als nächstes stärkt sich deine Empathie und dein Mitgefühl, weil du begreifst, dass wir alle eins sind. Du bist nicht eine Person abgekoppelt von allen anderen, sondern deine Entscheidungen beeinflussen auch das Leben anderer und umgekehrt. Und wenn du mal das wahrgenommen hast, das mal spürst, diese Verbindung erlebt hast, dann wirst du niemals mehr anderen Menschen bewusst etwas Schlechtes wollen, sondern wünschst ihnen immer Gutes, auch wenn sie es vielleicht noch gar nicht verdient haben. Aber du verstehst, dass andere es nicht absichtlich machen, sondern dass sie unbewusst sind. Und wenn sie auch so bewusst und so erwacht wären wie du, würden sie wahrscheinlich anders reagieren. Und deshalb hast du dafür Verständnis und möchtest diesen Menschen genau diese Impulse, diese Lektionen mit auf ihren Weg geben, dass sie genau in so einen Zustand auch kommen, in so einen spirituellen Wachstumsprozess, wie du vielleicht gerade bist. Der nächste Punkt ist, du erkennst Synchronicitäten des Universums. Beispielsweise, du siehst oft diese Engelszahlen. Du schaust auf die Uhr und dann ist es zum Beispiel 1.11 Uhr oder 2.22 Uhr und diese Symbole begleiten dich Tag für Tag. Oder du wirst von Zufällen überhäuft, wo du dir denkst, hey, das können keine Zufälle mehr sein. Und tatsächlich verstehst du oder interpretierst du das Wort Zufall ganz, ganz neu. Weil Zufall heißt ja, es fällt dir zu. Also ist ja wohl ein Plan etwas Größeres dahinter und du weißt, dass das Universum da dahinter steckt und dir quasi zeigt so, hey, du bist auf dem richtigen Weg. Das, was du hier tust, ist genau das Richtige und das siehst du genau mit diesen Synchronicitäten. Als nächstes kommt das tiefe Vertrauen zum Universum. Das Wort Surrender beschreibt es ganz, ganz stark. Also du versuchst dich einfach fallen zu lassen und die Führung, das Steuer sozusagen an das Universum zu übergeben. Und wenn du in diesem Surrender-Mode bist, dann hast du dieses tiefe Vertrauen, dass alles, was in dein Leben kommt, eine gewisse Wichtigkeit hat, eine Bedeutung hat, auch wenn du es jetzt in diesem Moment vielleicht noch gar nicht verstehst. Aber irgendwann später wirst du es begreifen und irgendwann später werden sich all diese Puzzleteile zusammenfügen. Und das erlaubt dir auch, nicht vom Universum sozusagen wegzulaufen, sondern einfach auch das zu akzeptieren und willkommen zu heißen, was einfach in dein Leben kommt. Und dann passiert Folgendes. Die Polarität löst sich auf. Es gibt kein Gut mehr, kein Schlecht mehr, sondern du begreifst, dass sowohl Gut als auch Schlecht genau das Gleiche sind. Positiv und negativ bedingen sich und sind quasi Katalysator für den anderen. Weil erinnere dich mal vielleicht an eine negative Situation aus deinem Alltag. Beispielsweise, meine Frau ist mal durch eine Prüfung gefallen und musste ein ganzes Semester wiederholen und hat sich total geärgert und so weiter. Und ich habe sie dann wieder aufgebaut. Hey, vertrau drauf, das Universum weiß, was es tut und du wirst schon noch irgendwann verstehen, warum das wichtig war. Und tatsächlich, sie hat dort eine Lebensfreundin kennengelernt, dadurch, dass sie wiederholen musste. Und ist heute so, 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 so dankbar, dass sie diese Person so kennenlernen durfte und weiß, dass das ein Schubser vom Universum sozusagen war. Und deswegen ist es nicht wichtig, zu urteilen, welche Situation ist schlecht, welche Situation ist gut, sondern gut und schlecht. Also das Gute steckt auch im Schlechten verborgen, wenn es sich beginnt zu entwickeln und andersrum. Der nächste Punkt ist, du lernst mit Verlusten besser umzugehen. Ich weiß, es ist nicht leicht, einen Freund zu verlieren, jemanden gehen zu lassen, den man so tief in sein Herz geschlossen hat, sodass man nie wieder physisch begegnen wird. Aber Tod ist etwas, das nur auf physischer Ebene passiert. Und Menschen, die spirituell entwickelt sind, wissen das. Und sie wissen, dass nichts beständig ist, nichts für ewig da ist, sondern das Reich der Ewigkeit, der Unendlichkeit jenseits der physischen Barrieren liegt und dass es auch wichtig ist, dass man diese Welt irgendwann physisch wieder verlässt, weil man dann in einer anderen Welt wieder neu geboren wird. Und wenn man dieses Verständnis hat, wenn man das begreift und verinnerlicht hat, dann verliert man die Angst vor dem Tod und kann mit Verlusten von anderen Personen, von Tieren besser umgehen. Und der letzte Punkt, du findest Freude in all dem, was du tust. Wenn du diese Verbindung aufgebaut hast, diese Beziehung zu deiner Seele und immer nur die Dinge machst, die in Resonanz mit dir sind, dann wirst du nur in dieser Freude sein. Und es fühlt sich oder hört sich vielleicht etwas widersprüchlich an, wenn ich jetzt sage, dass auch Trauer, wenn du mal in der Phase von Trauer bist, sich auch freudvoll anfühlen kann, weil wenn du nämlich diese Verbindung spürst und weißt, dass jetzt Trauer genau das Richtige und Wichtige in deinem Leben ist, dann kannst du das zu 100% zulassen und kannst, während du diese Trauer in dir kultivierst, auslebst, auch eine gewisse Freude empfinden, weil du genau das akzeptierst und genau das zulässt in deinem Leben, was wichtig für dich ist. Es ist so, als ob sich deine Seele freut und nur dein Körper beginnt zu weinen und traurig zu sein und genau diese Trauersymptome sozusagen auszuleben, aber deine Seele weiß, wie sie sich wirklich wahrlich fühlt und das nimmst du wahr, wenn du auch dieses Anzeichen in deiner spirituellen Entwicklung hast. Okay, was ist deine Meinung zu diesen Punkten? Hast du eins davon auch schon mal selbst so erlebt oder hast du vielleicht sogar noch etwas, womit du diese Liste hier ergänzen möchtest? Wenn dieses Video hier hilfreich für dich war, lass ein Abo da oder schicke dieses Video an einen Freund, um ihm oder ihr weiterzuhelfen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder, indem wir unser Bewusstsein weiterentfalten und unserem Higher Mind einen Schritt näher kommen. Namaste, dein Andreas Schwarz